Willkommen in der Zahnarztpraxis Dr. Nikolic und Partner in Duisburg-Walsum. In der technisch hochwertig ausgestatteten Praxis mit ihrem fortlaufend weitergebildeten Team wird das umfangreiche Behandlungsspektrum von ästhetischer Zahnheilkunde über Kieferorthopädie bis zu Behandlungen unter Vollnarkose geboten. Als besonders attraktiv nehmen unsere Patienten den preisgünstigen Zahnersatz aus einem Duisburger Meisterlabor wahr. Behinderten- und seniorengerecht ausgestattet ist uns auch die intensive Betreuung älterer Patienten möglich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!